Hervorragend, wir freuen uns ja riesig heute, Julia und Alex, dass ihr bei uns an diesem Gewinnspiel teilgenommen habt. Geschenkübergabe im Rathaus in Damme. Alex und Julia Frieson sind das Brautpaar des Jahres 2016. Der HGV, das Dammer Stadtmarketing und die OV bestimmten die Gewinner, die nun die Titelseite der neuen Ausgabe der Fanat in Damme schmücken. Außerdem findet ihr in dem Magazin die ganze Liebesgeschichte der beiden, die sich im Juli 2016 das Jahrwort gaben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017